Welche Alternativen gibt es zum Raspberry Pi und welche verdienen überhaupt die Bezeichnung als Alternative? Dazu gibt es regelmäßig verschiedene, teilweise hitzige Diskussionen. Einiges beruht aber auf Missverständnissen zwischen der großen Spanne, wofür der Raspberry Pi denn gedacht ist, und den Einsatzzwecken, denen er in der Praxis oft dient. In diesem Video schauen wir uns das genauer an und ich habe auch noch einen Lösungsvorschlag. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi, sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal vorbei. Der offensichtlichste Grund, warum man sich nach Alternativen umschaut, ist zumindest derzeit noch die schwere Verfügbarkeit. Dazu habe ich schon mehrere Beiträge gemacht, den aktuellsten mit dem letzten Stein von 2023 verlinke ich euch oben. Das hat die Frage nach den Alternativen natürlich befeuert, aber auch schon vor der Knappheit gab es viele und durchaus gute Gründe dafür. Zum Beispiel die relativ geringe Leistung des Raspberry Pis. Dann möchte man vielleicht Software betreiben, die noch nicht mit AM kompatibel ist, also man braucht x86 Hardware. Es sind mehr Möglichkeiten zur Erweiterung gewünscht, zum Beispiel mehr Festplatten für einen RAID-Verbund. Vielleicht sind für ein bestimmtes Projekt speziellere Schnittstellen notwendig, die der Pi nicht abdecken kann. Oder man hat diese eine Anwendung, die zwingend noch ein Windows braucht und nur dort läuft. Windows auf dem Pi ist eine Katastrophe, da habe ich schon mal zwei Videos zu gemacht, das erste verlinke ich oben. Es gibt noch weitere Gründe, aber diese Beispiele sollen zeigen, dass die Anforderungen jeweils ziemlich weit auseinander gehen. Gerade deswegen können manche Alternativen sogar viel besser für einen bestimmten Zweck geeignet sein als der Pi. Weil der Pi so verbreitet ist und für sehr viele verschiedene Dinge eingesetzt wird, gibt es auch viel Kritik an ihm. Häufig wird bemängelt, dass er zu wenig Leistung besitzt. Andere klagen darüber, dass der Pi ein Stromfresser geworden ist und möchten ihn lieber wieder mit weniger Hardware, also weniger Arbeitsspeicher, weniger Prozessorleistung sehen. Klingt auf den ersten Blick widersprüchlich, aber jemand, der zum Beispiel einen kleinen Heim-Server betreiben möchte oder ihn zum Surfen benutzt, dem ist der Pi vielleicht ein bisschen zu langsam. Während jemand anders mit dem Pi draußen Sensoren abfragt und diese Leistung großteils gar nicht braucht, sondern lieber eine längere Akkulebensdauer hätte. Wer von beiden hat nun recht? Schauen wir uns mal an, wofür der Pi entwickelt wurde. Zusammengefasst erkannte Eben Abden, der Raspberry Pi-Gründer oder Vater, dass es immer weniger qualifizierte Studenten im Bereich der IT gab. Er fragte sich, warum das immer schlechter wird und stellte fest, das liegt an der zunehmenden Verbreitung von geschlossenen Systemen, die dafür gedacht sind, dass man hauptsächlich konsumiert, nicht guckt, wie die Funktionieren oder gar selber irgendwas entwickelt. Ein Beispiel sind Spielekonsolen, aber es gibt noch zahlreiche weitere. Eben Abden schuf den Raspberry Pi, damit Schüler und Studenten eine möglichst offene Plattform bekommen, bei der sie nicht mehr nur bloß Konsumenten sind, sondern wieder mehr zu aktiven Produzenten werden, die schauen können, wie das funktioniert, die programmieren können, die damit eben basteln können und so ihr Verständnis von dem Ganzen schärfen. Für das Ziel sollte der Pi eben möglichst günstig, aber zeitgleich auch vielseitig sein, eine Art Baukasten, die sich auch Jugendliche mit weniger finanziellen Mitteln noch leisten können. Daher kam es zu Kompromissen, wie zum Beispiel dem oft kritisierten SD-Speicherkartenslot als Systemlaufwerk. Der Pi hat damit im übertragenen Sinne Ähnlichkeit mit den früheren Elektronikbaukästen. Mit so einem Baukasten konnte man zum Beispiel ein Radio bauen, aber auch dutzende weitere Schaltungen, mit denen man experimentieren konnte. Der Baukasten war also in der Lage, in dem Beispiel ein eigenständiges Radio zu ersetzen, aber umgekehrt konnte das Radio nicht diesen kompletten Baukasten ersetzen. Ob nun dediziertes Radio oder Baukasten besser sind, kommt auf den Zweck drauf an. Wenn nur ein Radio zur Musik hören möchte, der ist mit dem eigenständigen Radio sicher besser beraten. Ist aber das Ziel zu basteln, andere Sachen auszuprobieren, zu lernen, dann macht der Baukasten wesentlich mehr Sinn. Ansonsten kann es passieren, dass ich mir eben diesen Baukasten kaufe, um Radio zu hören und mich dann über Dinge beschwere, wie zum Beispiel die Tonqualität ist nicht optimal, weil es eben zum Basteln gedacht ist, oder aber das Gerät ist zu groß und ähnliches. Übertragen wir dieses Beispiel auf den Raspberry Pi, dann bedeutet das, er kann durchaus zum Beispiel ein Mikro-Heim-Server sein, eure Home-Assistent-Installationen betreiben, Videos am Fernseher abspielen und vieles mehr. Aber er ist nicht darauf optimiert. Wenn ihr also nur das machen möchtet, zum Beispiel ein Mini-Server, Mini-Desktop, da gibt es einige Beispiele, dann gibt es gerade dafür einige Alternativen, wie zum Beispiel Synth-Clients oder Mini-PCs, die dafür sogar besser geeignet sind, weil sie darauf spezialisiert sind. Zum Beispiel haben die dann mehr Leistung, ihr könntet eine M.2-SSD verbauen oder sogar einen mit SATA-Anschluss. Der Pi ist dafür universeller, aber das bringt euch für diesen speziellen Zweck ja nicht wirklich etwas, zum Beispiel die GPO-Schnittstellen, das braucht ihr dann ja nicht. Ähnlich wie die 29 anderen möglichen Schaltungen im Elektro-Baukasten, wenn ihr doch bloß Radio hören möchtet. Wer aber zum Beispiel die Schnittstellen von Raspberry Pi benötigt, um Sensoren anzusprechen, Elektroschaltungen aufzubauen oder ähnliches, der sieht das ganz anders und wird sich vielleicht sogar darüber ärgern, warum Mini-PCs oder Synth-Clients als Alternative vorgeschlagen werden. Diese Ansicht kann man sogar streng genommen teilen, wenn man der Philosophie des Raspberry Pi-Gründers folgt und daher erwartet, dass eine Alternative zum Raspberry Pi ähnlich vielseitig sein muss. Konkret heißt das, ein Ein-Platin-Computer, der zumindest neben GPIO noch ein paar andere verbreitete Schnittstellen mitbringt. Im vorherigen Beispiel also ein anderer Elektro-Baukasten, der statt 30 Schaltungen vielleicht nur 15 oder 20 bietet, aber eben weitaus mehr als nur die Radio-Funktion. Soweit zur Theorie, doch in der Praxis wird der Pi von einem erheblichen Teil nicht für seinen ursprünglichen Zweck genutzt. Soll heißen, das sind nicht nur Schüler und Studenten, die darauf lernen zu programmieren und mit Elektronik zu basteln, sondern viele, viele andere Menschen, die damit ihre Projekte umsetzen und zwar durch alle Altersschichten. Sehr beliebt ist der Pi als kleiner Mini- oder Mikroserver geworden, weil er eben kompakt ist und wenig Strom verbraucht, zum Beispiel als private Cloud, Spiele-Server oder zahlreiche Anwendungen, von denen ich auch schon zu einigen Videos gemacht habe. Elektronik-Basteleien sind da eher die Ausnahme, was ich auch bei mir zum Beispiel an den Aufrufzahlen von solchen Beiträgen und Videos sehen kann. Das ist auch vollkommen in Ordnung, ich möchte niemanden dafür kritisieren, weil er sein Raspberry Pi als Heimserver benutzt oder ihn am Fernseher hängen hat, alles vollkommen okay. Was ich damit sagen möchte ist, es gibt viele, die ihn zum Beispiel als Heimserver nutzen, die wiederum verstehen dann nicht, warum da jetzt andere sagen, dass so ein Mini-PC gar keine gute Alternative ist, weil GPIO oder ähnliche Schnittstellen fehlen. Dieses fehlende oder einfach unterschiedliche Verständnis ist von dem, was ich gesehen habe, oft der Hauptgrund dafür, warum es da zu Diskussionen kommt, die auch ausarten können. Um diese Missverständnisse zu entwirren und aufzuklären, habe ich schon in einem vorherigen Beitrag versucht, die möglichen Alternativen ganz grob mal in drei Gruppen einzuteilen. Gruppe 1 nutzt die Schnittstellen, also in Richtung Elektronik ansteuern, GPIO und ähnliches. Für sie sind daher vor allem x86-PCs, denen das ja in der Regel fehlt, keine brauchbare Alternative, sondern wenn überhaupt ein Platin-Computer wie Banana Pie und Co. Die zweite Gruppe möchte einen Desktop haben mit grafischer Oberfläche, denen ist also wichtig, dass man genügend Leistung hat für alltägliche Aufgaben. Auch am Speicher sollte es nicht mangeln, die Schnittstellen sind dagegen weniger wichtig oder überhaupt gar nicht benötigt. Der Stromverbrauch spielt eine Rolle, steht aber meistens nicht an erster Stelle, weil die Geräte nicht 24-7 laufen. Ganz anders sieht es bei Gruppe 3 aus, nämlich den Mikro- und Miniservern. Sie laufen oft im Dauerbetrieb oder zumindest sehr viel, wodurch der Verbrauch im Leerlauf besonders wichtig ist. Der Leistungsbedarf variiert hier nach Einsatzzweck, manche möchten nur zwei, drei Docker-Container betreiben, da reichen dann schwächere Maschinen, andere größere Systeme mit mehreren VMs. Nicht jeder wird in diese drei Gruppen passen, aber ein Großteil. Und wer sich in mehreren Gruppen wiederfindet, der muss dann irgendwo Kompromisse machen mit eben einem universellen Gerät wie dem Raspberry Pi, was eben vielseitig ist, aber dafür nicht spezifisch auf einen bestimmten Zweck optimiert. Ich hoffe, dass mit dieser Einteilung die Diskussion in vielen Fällen sachlicher und auch einfacher zu führen wird, da man so ein besseres Verständnis bekommt, wofür der Pi eingesetzt wird und wer auf was besonders Wert legt. Oder eben im Einzelfall auch keinen Wert legt. Wer eine Plattform oder Alternative sucht, sollte daher immer sein, Zweck, wofür er das Ganze einsetzen möchte, benennen. Denn nur so kann man sachlich und konstruktiv Vorschläge machen, was in Frage kommt und was eher nicht. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg bei euren Projekten, bedanke mich fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.